Das ist ein kleiner, aber möglicherweise wichtiger Schritt in Sachen Mobilitäts- bzw. Energiewende. In Heidelberg ist heute nämlich die erste Wasserstofftankstelle in den Probebetrieb gegangen. Vor zwei Jahren hatte sich die Stadt darum beworben und ein Mobilitätskonzept ausgearbeitet. Und das sieht unter anderem vor, dass in den kommenden zwei Jahren 30 Wasserstoffautos in Heidelbergs unterwegs sein sollen. Zudem fördert die Stadt den Kauf eines Brennstoffzellenfahrzeugs mit 10.000 Euro. Betreiber der Zapfsäule ist das Berliner Unternehmen H2 Mobility Deutschland. Und Besitzer einer entsprechenden Tankkarte können in dieser Testphase die Wasserstoffstation ausprobieren. Also soll ein weiterer Baustein sein für die Abdeckung in Deutschland. Denn laut Bundesangaben gibt es derzeit gerade mal 77 Wasserstofftankstellen, öffentliche Tankstellen in Deutschland. Bert Kappenstein ist bei uns, Leiter des Bereichs Mobilität und Energie, Energie und Mobilität bei der Metropolregion Rhein-Neckar. Wie wichtig ist denn dieser Baustein Wasserstoff-Brennstoffzelle für die Mobilität? Ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema, weil die Energiewende und dazu gehört ja auch die Mobilitätswende meines Erachtens nur dann gelingen kann, wenn wir auch den Wasserstoff als die Zukunftstechnologie hier in unserer Region anwenden. In welchen Bereichen ist sie denn zukunftsträchtig? Weil im Privatautosektor sind ja gerade mal knapp 400 Fahrzeuge. In Deutschland ist es noch nicht so wirklich durchgekommen. Ja gut, wir wissen ja, dass die Verbrennungsmotoren nicht mehr lange in der Richtung hinnehmbar sind, weil wir ganz einfach zu viel CO2 produzieren. Wir brauchen Elektrofahrzeuge und Elektrofahrzeuge wurden bisher immer in Verbindung mit Batterietechnik gesehen. Aber die Batterien, die sind dann gut, Batterie-Elektroautos, wenn es um kurze Strecken und um leichte Gewichte geht. Wenn es aber um lange Strecken geht und um Schwerlastverkehr, dann ist eben die Brennstoffzelle mit dem Wasserstoff unschlagbar. Und da ist auch unser Fokus darauf ausgerichtet, auf Busse, auf LKWs, auf Schienenverkehr, also in dem Fall auf Züge oder auch eben in der Binnenschifffahrt. Wie soll das dann aussehen? Wie arbeiten Sie da auch mit der Industrie zusammen? Also es sind ja auf jeden Fall zukunftsträchtige Gedanken, die Sie haben. Also wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet und mit verschiedenen Stakeholdern aus der Region. Es geht ja darum, dass wir zunächst mal den Wasserstoff erzeugen. Und hier in unserer Metropolregion Rhein-Neckar, wir sind immerhin der weltgrößte Chemiestandort. Und Wasserstoff ist schon je hier ein Thema, schon immer. Ich nenne jetzt nochmal das Thema BASF. Wasserstoff wird produziert. Wichtig wäre noch, dass wir auch den grünen Wasserstoff irgendwann mal hinbekommen. Und dann geht es darum, wie kriegen wir den Wasserstoff an die Tankstelle. Und dazu wollen wir jetzt bei uns in unserer Region demnächst einen sogenannten Wasserstoff-Hub einrichten. Das ist also eine Hochverdichtungsanlage, die den Wasserstoff komprimiert auf 700 Bar. Und dann geht der Wasserstoff zu den Tankstellen. Und von dort aus können dann Fahrzeuge oder auch in dem Fall Schwerlastverkehr und so weiter betankt werden. Tankstellen sind ja wichtig, weil es ist ja auch immer so Henne-Ei-Prinzip. Was zuerst da, es wird ja dann erst attraktiv, wenn man auch das Angebot hat und die Möglichkeit zu tanken. Ganz genau. Also das Ganze ist ein richtiger Kreislauf. Das eine bedingt das andere. Haben wir Tankstellen, können wir auch dann Autos betanken und auch Busse und so weiter. Haben wir keine Busse und keine Autos, dann sind die Tankstellen nicht rentabel. Umgekehrt brauchen wir natürlich auch den entsprechenden Wasserstoff, der dann in dem Fall von dem Erzeuger entweder über die Elektrolyse, über den erneuerbaren Strom erzeugt wird oder eben über andere Technologien. Und damit ersparen wir in jedem Fall enorm CO2. Also ein wichtiges Thema in Sachen Energie- und Mobilitätswende. Heute die erste Wasserstofftankstelle in Heidelberg, die aufgemacht hat. Herr Kappenstein, danke, dass Sie bei uns waren. Bitte sehr. Ich weiß, dass wir in jedem Fallen die Es ist ein Problem, ja, wir wissen, bis jetzt. Dann sehen uns auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns auf die Ko-Tage- und fangen euch ab, wenn wir uns rauskommen. E съmachtstelle in Heidelberg, dass wir das Wasserstofftankstelle in Heidelberg haben und das Wasserstofftankstelle in Heidelberg, Ich habe da 30- Stefan, ja? Bis dann mal so ein bisschen.